Ich bin das schöne Entchenklein, dreh auf dem Teich meine Hunden allein. Walk, walk, walk! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Und? Willst du einen Tisch? Nein, ich warte hier nur auf Annahmen. Um Drogen zu verticken, brauchst du Beziehungen. Die Leute müssen wissen, dass du verkaufst. Und wenn du dabei nur an ein einziges Arschloch gerätst, dann steckst du aber voll in der Scheiße. Dann wanderst du auf direktem Weg ins Gefängnis. Aber was ist das? Was ist das? Weil man hier seit einem halben Jahr, seit du wieder arbeitest, nichts mehr von dir sieht, nichts mehr von dir hört, so als ob du nicht mehr vorhanden wärst. Du fragst nicht, was hier passiert. Hilfst mir kein Stück. Der Mann ist umgehend festzunehmen. Dieser beschissene Dealer verkauft ihm Drogen. Wir fahren hin, um ihn zu schnappen und um der Nachbarschaft zu helfen. Da springen die Jungs an und wollen uns verprügeln. Mein Herr, der kleine Araber will nicht arbeiten. Also was wollen Sie von ihm? Die Jungs an und wollen uns verprügeln. Die Jungs an und wollen Sie von ihm? Untertitelung des ZDF, 2020